Ein Ford S-Max mit Tageszulassung ist hier zum Verkauf angeboten. Der silberne Van ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie, Sitzheizung, Alufelgen, Navigationssystem, ESP, Bordcomputer, und noch vieles mehr. Das 6-Gang-Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 163 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 5,3 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 26.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Töne. 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 Vielen Dank.